Dankeschön. Schön, dass ihr alle da seid und so zahlreich vor allen Dingen. Ich dachte, ich rede hier vor 10, 20 Personen. Ich habe auf jeden Fall totalen Redestau und heute werde ich meinen eigenen Rekord versuchen zu berechen, nämlich 30 Slides über Facebook Advertising anhand der Marke Uhrwerk Berlin innerhalb von nur 10 Minuten durchzukloppen. Also drückt mir die Daumen und ich lege mal direkt los. Mein Name ist Sebastian, wie er daran schon gesagt hatte. Ich bin Co-Founder der Marke Uhrwerk Berlin und wir produzieren die Berliner Uhr mit dem Berliner Fernsehturm auf der 6. Wir achten nicht nur auf gute Qualität dieser Uhr, sondern wir achten am Fokus auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Produktionsbedingungen vor Ort in unseren Werkstätten und faire Gehälter. Und das Schönste an unserer Uhr ist, die ist unfassbar günstig. Wir arbeiten hart dafür und im Schnitt 50 Prozent günstiger als die der Konkurrenz. Wir sind 2017, Anfang 2017 sind wir gestartet mit nur drei Produkten. Diese drei Produkte sind jetzt nicht mehr drei Produkte, sondern 130 mittlerweile. Wir haben dieses Jahr alleine über 20.000 Uhr verkaufen und damit siebenstellige Umsätze machen. Und das Allertollste, da freuen wir uns besonders drüber, ist, dass jeder vierte oder jede vierte Deutsche zwischen 20 und 35 Jahren uns kennt oder schon mal von uns gehört hat. Freude. Am Anfang hatten wir natürlich einfach diese Idee, die Marke Uhrwerk, nicht Uhrwerk Berlin zu nennen, sondern wir hatten die Idee, Berlin als Marke zu vermarkten. Und zwar das Berliner Lebensgefühl, die Lebenslust, die Freiheit hier in Berlin. Und was liegt da näher, als ein Produkt zu wählen, was ein Accessoire ist, was man immer mit sich rumtragen kann. Und so sind wir relativ schnell auf die Uhr gekommen. Wie viele andere Startups haben wir auch gestartet, und zwar in unserer Privatwohnung. Und wie man sieht in dieser Privatwohnung, die hatte nur 42 Quadratmeter. Wir haben jeden einzelnen Platz, freien Platz verwendet, um da Uhren zu lagern. Das ging natürlich nicht besonders lange gut. Im Juni 2017 hatten wir unseren Shop ausgesetzt, hier die ersten Produkte vor Ort in dieser kleinen Wohnung und haben auch zeitgleich unsere erste Facebook- und Instagram-Kampagne gestartet. Und ich muss zugeben, ich hatte keinen blassen Schimmer, was ich da tue. Unsere erste Werbung, sieht jetzt aus wie jetzt hier auf der linken Seite, war einfach ein simples Bild. Mit dem Text kennst du schon die Uhr aus Berlin, mit dem Fernsehturm auf der Sechse und einen Preis von 39,90 als Einstiegsangebot. Und siehe da, nach einer Stunde Facebook-Werbung hatten wir bereits unsere erste Uhr verkauft. Da haben wir uns natürlich tierisch gefreut. In den nächsten Tagen ist es wirklich gut weiter. Wir hatten jeden Tag mehr Bestellungen und wie man sieht, der Haufen da, der ist gewachsen. Und wir haben ein Fahrrad gekauft mit Fahrradkorb, um halt diese Pakete in den Paketshop zu bringen. Wir brauchten dann irgendwann Ikea-Tüten noch zusätzlich und haben dann auch festgestellt, dass auch diese Ikea-Tüten auf Dauer nicht mehr reichen und wir haben ein richtiges Lager mittlerweile. Die Labels sind übrigens von den Kollegen von SendCloud. Da bedanken wir uns ganz herzlich für. Das hat uns sehr viel Arbeit abgenommen. Wenn man sich unsere Umsatzkurve seit 2017 anschaut, sehen wir hier den Launch in 2017 im Juni und nach bereits zwei Monaten waren wir im August schon ausverkauft. Absolute Katastrophe für einen Online-Shop, keine Ware zu haben. Auf der anderen Seite haben wir diesen Umsatz, den wir da gemacht haben, genutzt, um sofort neue Ware zu produzieren. Um dann festzustellen, dass wir Weihnachten 2017 schon wieder ausverkauft waren. Weihnachtsgeschäft ist ausgefallen und hat uns die Möglichkeit gegeben, mal wieder in den Urlaub zu fahren. Das war super. Wir haben groß nachbestellt, hatten den nächsten Ausverkauf im August 2018. War diesmal nicht ganz so tragisch, weil wir zeitgleich Männeruhren gelauncht hatten. Wir hatten vorher nur Frauenuhren. Dann kam der Black Friday. Das ist wirklich für alle Online-Händler, ich glaube, der wichtigste Tag. Da haben wir an einem Wochenende 1680 Uhren verkauft und leider auch verpackt, noch manuell. Das war wirklich schlimm. Weihnachtsgeschäft waren wir auch schon fast wieder ausverkauft, neue Ware bestellt und dann hatten wir im Mai diesen Jahres nochmal einen kleinen Umsatzeinbruch. Wir haben einen neuen Mitarbeiter eingestellt, den Moritz. Ich bin Vater geworden und der Moritz hat absolut gar keine Ahnung von Facebook-Advertising. Gut, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich soll über Facebook reden. Wie hat uns das geholfen, die Marke aufzubauen? Ich habe gesagt, ich habe absolut keinen blassen Schimmer gehabt, was ich tue anfangs und habe ganz blöd Facebook gefragt, gibt mir Leute, ist interessenbasiert, gibt mir Leute, die sich für Uhren interessieren, weiblich sind und zwischen 20 und 39 Jahren alt sind. Wir hatten ein monatliches Budget von 160 Euro für diese Facebook-Werbung, wo ich heute drüber lache. Und weil wir Uhren verkaufen wollten natürlich, haben wir natürlich die Werbung auf Conversion gestellt, auf Optimierung, auf Kauf. Das haben wir damals so gemacht. Weil wir es auch nicht besser wussten, haben wir jede Woche neue Werbung geschaltet, weil wir dachten, unsere Interessenten müssten irgendwie auf dem Laufenden gehalten werden. Total dumm, hat nicht richtig funktioniert. Wir haben zwar Uhren verkauft, aber hatten dadurch nur zufällige Ergebnisse. Der Facebook-Algorithmus war permanent in der Lernphase und hat wirklich gemacht, was er nicht tun sollte. Aus Verzweiflung haben wir einfach mehr Budget draufgepackt auf die Werbung. So richtig funktioniert das hat das aber auch nicht. Dann habe ich eines Tages die Custom Audiences erdeckt. Die sind super. Das ist auch relativ einfach zu erklären. Das sind Leute, die in irgendeiner Form mit deiner Marke schon mal interagiert haben. Zum Beispiel die Werbung geliked, auf der Internetseite gewesen sind oder vielleicht sogar schon mal eine Uhr von uns in den Warenkorb gelegt haben. Diese Leute kann man jetzt bewerben. Wir haben angefangen, verschiedene Kampagnen aufzusetzen bei Facebook. Wir haben Split-Tests gemacht, das sind A-B-Tests bei Facebook, um Kampagnen gegeneinander antreten zu lassen, um einfach datengetriebener zu arbeiten und haben festgestellt, dass eine längere Laufzeit auch einfach mehr Social Proof erzeugt, also mehr Likes auf Dauer und die Werbung dadurch einfach günstiger wird und dass wir weniger Arbeit haben. Wir haben erstmals wieder ein bisschen mehr Budget draufgetan, aber auch das war jetzt nicht so richtig zufriedenstellend. Die Ergebnisse waren rein zufälliger Natur und auch nicht so richtig nachvollziehbar. Wenn man Facebook in einem Ad-Manager mal reinschaut, möchte man lieber seine Lohnsteuerbescheinigung nochmal verstehen. Also das ist sehr kompliziert, die ganzen Zahlen, die man da sieht und man verliert schnell den Fokus. Die Budgetverteilung haben wir damals komplett nach Intuition gemacht. Wir dachten, das Ding läuft gut, da packen wir mehr Geld drauf, haben wir festgestellt, funktioniert auch nicht so richtig gut. Dann als letztes habe ich die Lookalike Audiences entdeckt. Lookalike Audiences sind, wir sind ja mittlerweile relativ erfolgreich, als Shop haben eine gute Customer Base und ich habe Facebook gefragt, gib mir Leute, die ich bewerben kann, die ähnlich, sehr ähnlich zu meinen Kunden sind. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie vielleicht sich auch für unsere Uhren interessieren. Wir sind weg von diesen Optimierung auf Kauf, sondern Optimierung auf Page Views. Warum haben wir das gemacht? Einfach aus dem Grund, wenn ich einen Kunden das erste Mal anspreche, muss ich ihm erst mal die Chance geben, meine Marke kennenzulernen, ihn zu überzeugen, dass ich wirklich die richtige Uhr für ihn habe. Und wir haben wieder mehr Budget draufgepackt. Richtig gut hat auch das wieder nicht funktioniert. Wir hatten zwar bessere Ergebnisse, aber immer noch sehr unregelmäßig. Und was sehr interessant ist, wir hatten zwar mehr Traffic, aber weniger Käufe für diesen Traffic, weil Facebook uns Leute geschickt hat, die Page Views machen, die sich gerne Internetseiten angucken, aber die nicht unbedingt billig sind, eine Uhr zu kaufen. Unser Return on Ad Spend ist auch relativ niedrig gewesen damals und mehr Budget an der Stelle hat uns auch nicht wirklich geholfen. Dann ist mir der Kragen geplatzt, weil ich schon so viel Geld, mittlerweile 180.000 Euro an Facebook überwiesen habe und ich wollte es endlich mal verstehen. Wir haben uns damit beschäftigt, haben jetzt einen Account Manager bei Facebook und der hat uns auch ein bisschen geholfen, die Kampagne oder die Struktur der Kampagne besser aufzusetzen, das ganze Targeting auch besser zu machen. Wir haben die automatische Budgetoptimierung von Facebook jetzt benutzt oder in Benutzung, sind eigentlich recht zufrieden damit. Wir haben einen richtigen Funnel aufgesetzt, das zeige ich euch gleich auf der nächsten Folie und wir gucken täglich auf die Werbung drauf und schalten rigoros ab, was nicht läuft oder was zu teuer wird. Die 160 Euro monatlich, die wir anfangs ausgegeben haben für Facebook, sind heute bis zu 2.000 Euro am Tag, die wir bei Facebook ausgeben und aber auch Gott sei Dank wiederbekommen durch Verkäufe. Das ist unsere aktuelle Struktur. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Das ist pretty straightforward hier. Wir haben Prospecting, um also Neukundenakquise zu machen und unsere Marke erstmal Interesse zu wecken und dann haben wir ein Retargeting. Wenn jemand zum Beispiel eine Uhr in den Warenkorb gelegt hat, bewerben wir ihn. Hey, du kannst dir jetzt auch wirklich kaufen. Du hast 30 Tage Rückgaberecht zum Beispiel und wir versuchen die Kunden oder die zukünftigen Kunden immer weiter in diesen Funnel nach unten zu drücken. In Orange, das sind die Kunden, die wir da bewerben, die schon eine Uhr gekauft haben und die wir dann mit Upselling und Crossselling Maßnahmen weiterhin bewerben können. Das funktioniert für uns deutlich besser und wir haben jetzt regelmäßige Ergebnisse. Der Traffic auf unserer Internetseite ist nicht unbedingt mehr geworden, aber die Leute, die kommen, die sind wirklich sehr wertvoll für uns, weil die sind wirklich interessiert an der Marke und die kaufen, man sieht es an der Conversion Rate, die teilweise bis zu 7% ist, die kaufen unsere Uhren. Unser Return on Ad Spend ist seitdem auch stabil und wir können endlich skalieren mit mehr Budget. Die letzte Folie, wie man mit Facebook am wenigsten Geld verliert. Beschäftigt euch mit Facebook, bevor ihr anfangt, da Geld nach Facebook zu überweisen. Ihr spart auf jeden Fall wirklich viel Geld, wenn ihr zum Beispiel die richtige Funnels aufsetzt, die richtigen Leute betreibt. Die Conversion Optimierung im Blick behaltet, kann der Facebook Algorithmus euch gute Ergebnisse liefern oder ausrechnen an der richtigen Stelle. Die Budgetoptimierung benutzen, testen, testen, testen. Wenn ihr neue Kampagnen macht, lasst sie erstmal mit einem kleinen Budget gegeneinander antreten und nimmt dann die bessere. Der Facebook-Katalog hat bei uns sehr viel gebracht. Es ist zwar ein Facebook-Shop, der fürchterlich aussieht, aber der große Vorteil ist, wenn man einen Post macht bei Instagram oder Facebook, kann man seine Produkte direkt verlinken und die Leute können direkt draufklicken, ohne aus der App auszusteigen. Dynamic Product Ads ist ein sehr großes Thema, werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Für eine Neukundenanquise und gezieltes Retargeting sehr sinnvoll. Dark Post, dachte ich immer, die gibt es nicht bei Facebook, habe ich jetzt vorletzte Woche festgestellt, dass es sowas gibt. Schaut euch das auch mal an und schaut jeden Tag wirklich auf eure Werbung drauf und guckt, was Facebook da macht. Und wenn ihr das große Glück habt, Account Manager von Facebook zur Seite gestellt bekommen habt, dann glaubt ihm nicht alles, weil der hat natürlich Interesse einfach, dass ihr noch mehr Geld da ausgebt. Ein paar gute Tipps gibt es teilweise und da sind wir schon auf der letzten Folie. Wir sind Urwerk Berlin, das sind in der Mitte ist Franziska, ist heute auch hier, unsere Social Media Managerin und Fotografin. Auf der rechten Seite Marlies, das ist die Co-Faunerin, heute leider nicht da. Und in der Mitte ist der kleine Hund namens Emma, unser Bürohund Alisa ist nicht auf dem Foto. Und wir sagen jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Applaus Vielen Dank.